Die kamen und haben ihre Papiere gezeigt zu uns. Und da ging der Schlagbaum auf und mein Vater fuhr mit raus. Und ein paar Stunden später kam er wieder, hat gesagt, so, einpacken. Und dann haben die Soldaten, die dabei waren, mitgeholfen. Und mein Vater hat noch die Tür zugeschlossen. Übrigens habe ich den Schlüssel noch von der Haustür. Den habe ich noch, den hat die Mutter irgendwie noch bei sich gehabt. Und bevor er nun noch einmal durchs Haus gegangen ist, dann hatten wir, wir hatten immer einen Kasten Bier und auch ein Fässchen Bier. Wenn wir kein Kasten Bier daheim hatten, dann hatten wir auch ein Fässchen. Und auch Sprudel für uns Kinder. Und das hat er noch rausgestellt für die Soldaten. Und dann war es erledigt. Und dann hatte bloß mein Vater noch gesagt, so, und jetzt wird die Rollbahn gesprengt. Wir hatten eine Rollbahn, die war auch halb mit Rasen und auch halb mit Beton. Und die wurde dann noch gesprengt. Da hat mein Vater gesagt, so, jetzt wird sie noch gesprengt. Und dann wird sie noch gesprengt. Vielen Dank.